Liebe Studentin, lieber Student, wir bleiben bei der unregelmäßigen Konjugation, also Konjugation der unregelmäßigen oder starken Verben und behandeln hier jetzt einige wichtige typische Verben, in denen sich der Stammbokal in der zweiten und dritten Person singular ändert. Also wir haben hier die Verben von A auf E, backen, du bäckst, er sie ist bäckt, blasen, du bläst, er sie ist bläst, braten, du brätst, er sie ist brät, fahren, du fährst, er sie ist fährt, fangen, du fängst, er sie ist fängt, graben, du gräbst, er sie ist gräbt, halten, du hältst, er sie ist hält, lassen, du lässt, er sie ist lässt. Jetzt die Verben auf die Vokalveränderung auf I, brechen, du brichst, er sie ist bricht, essen, du isst, er sie ist ist, geben, du gibst, er sie ist, gibt helfen, du hilfst, er sie ist hilft, nehmen, du nimmst, er sie ist nimmt, sprechen, du sprichst, er sie ist, spricht, sterben, du stirbst, er sie ist, stirbt, treffen, du triffst, er sie ist trifft, werden, du wirst, er sie ist wird. Jetzt die Veränderung von I, I, I. Beispiele, befehlen, du befehlen, du befehlen, du befehlen, er sie ist, befiehlst, es geschieht, sehen, du siehst, er sie ist, sieht, stehlen, du stillst, hoffentlich nicht, Er, sie, es, stiehlt nicht. Dankeschön.